Die fünf größten Fehler beim Aufbau deiner Darmflora. Ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, immer und immer wieder sehe ich die gleichen Fehler, wenn man als Laie ohne großes Vorwissen versucht, seinen Darm aufzubauen. Die Werbung verleitet ja dazu, dass man das ganz leicht machen kann, aber man muss schon noch einige Sachen beachten, damit das Ganze auch gut funktioniert. Was ist der erste Fehler? Ich sehe ganz, ganz häufig, dass die Menschen nur Darmbakterien einnehmen. Ja, Moment, wird der eine oder andere jetzt sagen, das ist doch genau das, was ich brauche. Ja, das stimmt, aber die Bakterien, die müssen auch anwachsen können. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach nur hergehen und Bakterien einnehmen, ohne dass ich den Bakterien was zum Essen gebe. Dazu kommen wir später noch. Oder ein zweites Problem ist, wenn die Darmflora einfach mit sogenannten Fäulniskeimen besetzt ist, dass die Bakterien einfach nicht angehen können. Also wir müssen genauso, wie wenn wir jetzt draußen im Garten anpflanzen, wir müssen das Pflänzlein setzen, es braucht seinen Platz und dann muss es gedüngt werden, dann muss es gepflegt werden. Und genauso ist es mit den Darmbakterien auch, im Prinzip ist es nichts anderes. Also nur ein Probiotikum einzunehmen, das ist oftmals gar nicht zielführend, weil dann kann es sein, dass ich es Wochen und Monate einnehme, aber keinen großen Effekt davon habe. Das zweite, was ich sehe, habe ich gerade schon angesprochen, dass die Pflänzlein oder unsere Bakterien eben nicht gedüngt werden. Und was ist der beste Dünger für Bakterien, für Darmbakterien? Das sind die sogenannten Ballaststoffe. Ballaststoffe sind einfach in der Lage, die Bakterien gut zu füttern. Die Bakterien benötigen Ballaststoffe, damit sie wachsen können, damit sie gesund bleiben. Und das ist auch so einer der Gründe, warum man vielleicht in eine Dysbiose hineingerät, warum die Darmbakterien aus der Reihe tanzen, weil eben zu wenig Ballaststoffe gegessen werden und die Darmflora gerade halt bei Kindern vielleicht eben nicht gut gefüttert wird, sondern nur mit Pommes und Pizza und so geht es halt nicht. Wir haben im Wesentlichen Verdauungsenzyme von den Organen, einmal für Eiweiß, einmal für Fett, einmal für Kohlenhydrate, für kürzerkettige Kohlenhydrate. Aber die Ballaststoffe selbst, die müssen von den Bakterien verstoffwechselt werden, weshalb auch dann viele Menschen mit Darmproblemen eben gesunde Ernährung nicht so gut vertragen, weil einfach der Ballaststoffanteil hier gehoben wird und weil sie es einfach von ihren Darmbakterien her nicht klein kriegen. Dritter Fehler, keine Enzyme einnehmen und hier sehen wir ein Phänomen, wenn jemand eine gekippte Darmflora hat, dass er letztlich in einen Funktionsmangel der Enzyme hineingerät. Wie meine ich das? Wir haben einen festen Stuhl-PH-Wert, also wir haben eine saure Darmflora oder einen sauren Stuhl-PH, der ist so zwischen 5,5 und 6,5, also leicht sauer und dieser leicht saure Stuhl-PH-Wert, der ist dafür verantwortlich, dass unsere Verdauungsenzyme gut funktionieren. Die Verdauungsenzyme, der ganze Laden da unten, der braucht ein leicht saures Milieu. Wenn ich nun diese Darmbakterien verliere, wenn sie runtergehen in ihrer Keimanzahl, dann verschiebt sich auch der pH-Wert und somit kommt, dass die Verdauungsenzyme für Fett, für Eiweiß beispielsweise, eben nicht mehr in ihrem optimalen Wirkspektrum sind. Wenn sie dann nicht mehr sind, dann kommt es zu einer Art Teufelskreislauf, warum? Der Stuhl-PH-Wert ist zu basisch, die Säure fehlt, die Verdauungsenzyme funktionieren nicht so richtig und das ist dann ein häufiger Grund, wieso wir uns direkt nach der Mahlzeit oder direkt nach dem Essen halt sehr schlecht fühlen. Das Zeug, dieser Nahrungsspreider muss regelrecht niedergerungen werden, der wird nicht sauber enzymatisch durchverdaut, sondern er muss irgendwie niedergerungen werden, er fängt an zu gären und mit dem ganzen verbundenen Diskomfort von Blähungen, versetzten Blähungen, Bauchkrämpfen und so weiter, Völlegefühl aufstoßen, all das hängt letztlich damit zusammen. Fäulniskeime ausrotten, was meine ich damit? Leider Gottes, wenn die Darmflora kippt, dann können sich sogenannte Fäulniskeime ansiedeln, Keime mit minderwertigeren Lebensbedingungen, die die anderen Keime verdrängen. Gerade ist hier eine Patientin aus meiner Tür raus, sie hatte eine ganz, ganz starke Blasenentzündung, sie musste Antibiotika nehmen, sie hatte eine Klebsiellenbelastung im Urin und ich habe jetzt rausgefunden, dass sie immer noch eine Klebsiellenbelastung und zwar 10.000-fach über dem Normwert in ihrem Stuhl hat, sie war einige Jahre schon nicht mehr hier, irgendwie ist es dazu gekommen und das scheint die Ursache eben der Blasenentzündung hier auch zu sein. Darm und Blase hängen in dem Fall zusammen, also Ursache Fäulniskeime und hier scheiden sich so ein bisschen die Wege bei den Fäulniskeimen, warum? Ich muss eben wissen, welche Fäulniskeime ich dort drinnen habe, damit ich dann adäquat behandeln kann und dort brauche ich eine Stuhluntersuchung. Also wir haben einmal die Laien, die quasi irgendwas einnehmen und dann haben wir eben die Stuhluntersuchungen, die die Profis machen, die man als Laie im Übrigen auch machen kann, gar kein Problem und das führt uns dann zu anderen Handlungsweisungen oder Anweisungen, weil wir eben dann sehen, diese Fäulniskeime, die sind drin. Fäulniskeime ganz aggressiv verdrängen die guten Darmbakterien einfach weg, wenn sie mit Probiotika drauf gehen, haben sie keine Chance, weil die Probiotika nicht so stark sind, dass sie die Fäulniskeime verdrängen können. Sie brauchen da einfach Strategien, je nachdem welche Fäulniskeime das drinnen sind, so muss man sie entweder aktiv ausrotten oder aushungern, was auch immer. Auf jeden Fall, Fäulniskeime sind immer dann im Spiel oder meistens im Spiel, wenn halt Blähungen da sind, wenn stinkende Gerüche da sind, wenn der Stuhlgang stark riecht und diese Dinge, dann wenn es wirklich halt einfach nach Fäulnis riecht, dann kommen die Gase, meistens eben von den Fäulniskeimen und solange sie die drinnen haben, brauchen sie letztlich gar kein Probiotikum nehmen, weil das Probiotikum eben, wie schon gesagt, nicht in der Lage ist, diese Fäulniskeime zu verdrängen. Punkt Nummer 5, Ernährung zu schnell umstellen. Viele Menschen möchten natürlich aktiv etwas tun, sie haben eine hohe Motivation, sie fangen eine Darmkur an, irgendeine Reinigung, sie nehmen Probiotika und dann kommt es ganz schnell zum Thema Ernährung und da gibt es viele, viele kluge Ernährungsratschläge und dann erkennt man, oh ich habe mich jahrelang falsch ernährt, das und das kann ich noch besser machen. Häufig heißt es dann halt ballaststoffreich ernähren, die Leute wechseln aufs Vollkorn oder sie erhöhen den Hülsenfrüchteanteil und so weiter und erleben eine Totalkatastrophe, eine Bauchlandung. Warum? Weil sie noch mehr Blähungen haben, sie haben noch mehr Dyskomfort als zuvor. Warum? Weil eben die Darmflora nicht in der Lage ist, diese massive Menge an Ballaststoffen zu verdauen. Deswegen ist mein Tipp, stellen Sie die Ernährung langsam um. Und jetzt haben Sie gerade, wenn Sie aufmerksam zugehört haben, vielleicht den Punkt Nummer 2 gehört, wo ich gesagt habe, ohne Ballaststoffe geht es nicht. Richtig. Und wir müssen eins verstehen, wenn die Flora gekippt ist und wenn die Flora einen zu basischen pH-Wert hat, dann funktionieren die Verdauungsenzyme schlecht und die Anzahl der guten Darmkeime ist zu wenig, sodass meine Ballaststoffe schlecht verdaut werden. Jetzt, wenn ich die Ballaststoffe über schwerverdauliche Ballaststoffe aus der Ernährung bringen möchte, reinbringen möchte ins System, dann erleiden viele Menschen eine Bruchlandung. Viel, viel besser ist es, dann den Ballaststoffanteil langsam über Ballaststoffpulver zu erhöhen, Akazienfaser, Baobab, was auch immer, um letzten Endes hier eine bessere Kontrolle zu haben. Denn die Ballaststoffmenge, die Komplexität dieser Ballaststoffe über der Ernährung überfordert dann viele, viele Därme, obwohl das der Game Changer ist, damit wieder Darmbakterien wachsen. Und so schauen die fünf Fehler aus. So schaut dann, wenn man diese fünf Fehler vermeidet, schaut ein eleganter Darmaufbau aus. Einer, der schnell geht, einer, der erfolgreich ist, einer, der maximal sozusagen getrimmt ist auf Schnelligkeit und auf schnellen Erfolg und auf lang oder anhaltenden Erfolg. Und ich kann Sie nur warnen, gehen Sie nicht rein mit dem Probiotika und schon noch gar nicht mit billigen, wenn, dann müssen Sie wirklich mikroverkapselt sein. Das bedeutet, dass eben ein Überzug noch drüber ist über die Bakterien, meistens mit Algen, Alginat, damit die Bakterien eben dieses saure Magenmilieu eben überstehen und damit sie dann letzten Endes auch im Darm ankommen. Danke fürs Zuhören, schauen Sie mal ein nächstes Video und bis bald.